Mein neuer Masturbator Hey Kinders Endlich kann ich mal wieder zu euch sprechen Es ist wirklich schrecklich mit den Prüfungen Es sind jetzt noch zwei, aber Ich hab heute den ganzen Tag gelernt und dachte mir Puh, gut, äh, gönn dir doch mal was Nimm doch vielleicht mal wieder was auf, bevor alle weg sind Nicht, dass ihr denkt, ich bin tot oder, ähm, oder Schlimmeres Ihr folgt euch jetzt wahrscheinlich Alter, Kraft, warum bist du nur so hell? Was ist denn da mit der Qualität los von dem Licht? Näh, 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 näh Dank euren Spenden habe ich jetzt zwei Wie heißen sie? Softboxen Die zweite habe ich da nicht aufgestellt, die hier drüben Deswegen bin ich hier noch etwas dunkel Und ich muss hier mein ganzes Zimmer umräumen Jetzt ist es echt, also ich will nicht, ich will nicht pinzen Ich will nicht pinzen Aber es ist scheiße hell Jetzt habe ich Zeit für ein einziges Spiel Und was passiert? Ich finde ein Spiel direkt Und der letzte kommt nicht Bot Albert Ach, übrigens habe ich die schon gezeigt Der Film von Biggill, der die ich bekommen habe Die Big Wallen warf, hä? Sexy, ich weiß, sie ist sexy Hallo Team Hi guys, how are you? I'm in Sie reden schon mal sehr schön Was sagt ihr zu dem Licht? Findet ihr es so krass? Ich habe Schiss, dass ich hier dunkle Dinge nicht erkenne Beziehungsweise Sachen, die in der Ferne sind Dass ich da Schwierigkeiten habe Wenn es auch hell ist, da irgendwie was, ne? Super geil, Mann! Was? Ach so, sieht man die Ramp rushen, aha Ist okay Ich bin bereit für den Doos Dann gehen wir jetzt schon auf die B, ne? Jetzt muss ich wissen, dass wir alle... Oh, die Bomb ist down Schade, ne? Also, ich hätte sie ja schon gerne gekillt Viele fragen mich, wie es mit der Prüfung läuft Das läuft eigentlich ganz gut Aber was laberst du? Wo sind die hier? In der Mikrowelle oder was? Aha Nein, 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 nein Ah, der Mate hat den noch gekillt Okay, na, okay, alles gut, alles gut Chillt Ich muss die lauter machen Jetzt merke ich's, was los ist Ich hörte die ganze Zeit das Spiel, ne? Wisch Oh, was hast du gesagt? Komm schon, du schaffst es Mate, du kannst es schaffen Ich weiß es, du hast es drauf, Alter Warfrocks Bedellics Bedazzle this shit Oh, hat's einfach gemacht Und guckt sich die Waffe an, Alter Das ist ein Tier Erstmal die Waffe gucke Oh, die AWP liegt richtig los hier auch, bitte Üdel Wie hat das Schild bei den Mülltonnen? Hey, Männer, gell? Hört mal auf, für mich zu schießen, da Oder ich rast Ey, was macht ihr denn hier? Ist ja gar nichts mehr los für mich Noch kein Kill Doch, ne? Null Aber ich kann gar keine Hörer Nur der Mülltonnen-Chiller ist immer noch da, wo er vorhin war Bimmelingeling Bimmelingeling, da kommt die Müllabfuhr Wee Was denn du macht noch? Ist da einer oder was? Der schießt doch nur im Spaß dahin, ne? So will ich ihn kennen Hallo Der mit null Kills hat es Pech, so überrannt zu werden Von so, vom Letzten Guckst dir an Das sind die Prüfungen, die machen mich ganz kirre Danke, Merkel Der Warfrock Was macht dann der, der Bonge? Oh, Warfrock Schaut euch das an Wenn ich es gemacht hätte, wäre ich hundertmal gestorben Russian Guardian Na super Russian Guardian 5 auch noch Ah ja Der wird gerade ordentlich was trinken, der Russian Guardian, ne? Ich bin zu unverantwortlich, dass ich das Ich bin letzter Ich hab noch nicht mal ein Assist 005 Okay gut, die Mates haben 3, 4 und 5 Eigentlich ist es noch schlechter als ich Wenn man es genauer nimmt Okay, ey, ich muss mich jetzt echt anstrengen Ich hoffe, das liegt wirklich nicht an dem Licht, weil Das Licht ist geil Alter, wie sie alle in Apartment sind Hör auf deine Smokes da rein zu hauen Wenn ich meinen Molly reinschmeiß, du Affenkind Oh, ich hab einen Kill gemacht mit Fire Kill it with Fire Aha, der ist in der drinnen Ich hab ihn genau gehört Der schießt da rum wie so ein Lümmel Ja, ich hab für den Mate bestimmt Er ist tot Nein, nein Immerhin bin ich so hübsch Oh, Gerlinde Ich weiß nicht, ich hab mir jetzt eine P90 gekauft Jetzt werde ich auf die Mitte geschickt Zum Schleifen Halligausch Mit deiner Pump Immer noch, verarsch mich nicht Er macht sein raschen Ding Aber alle Ehre Okay, hoch, danke Hallo, hallo Ah, Bombe down Bei Portman's Keiner sagt es an Okay, okay Er kippt mir direkt einen Header Das wäre wieder der Kill gewesen Der Kill ist ja tausend Sie hat ihn weggeflickt Wie so ein Stück Dick Und dann hustelt er mich einfach um Mein neuer Masturbator Das ist so Glübchen Von den Geräten Und ich hab mir übrigens die E-Mail angeschaut Mit eurem Fanarzt Richtig geil Leute, ich bin Faszinierend Dann wächst Wenn ich nächste Woche dann richtig Zeit hab Kann ich wieder richtig in den Videobetrieb einsteigen Ach genau Es gibt aber theoretisch noch zwei Geil, man Also es gibt noch zwei Dinge Die zu überstehen sind Sobald die Prüfungen rum sind Ich wollt grad sagen, man Sobald die Prüfungen rum sind Bin ich von Donnerstag bis Sonntag im Urlaub Und die Woche drauf dann Also ich bin ja dann Sonntag wieder zu Hause Werd dann Montag und Dienstag, Mittwoch Richtig fett Videos produzieren Und dann bin ich Donnerstag, Freitag, Samstag Und ich glaub Sonntag auch nochmal unterwegs Da bin ich praktisch als, ja ich sag mal als Austauscherzieher Auf so einer Freizeit mit am Start Und pass auf Kiddies auf Das heißt, die nächsten zwei Streams Werden auf jeden Fall stattfinden Aber nicht Donnerstag Sondern Dienstag Also einen Tag nach der Prüfung Werde ich dann streamen Dienstag soll generell der zweite Streaming Tag werden Da könnt ihr euch da mal direkt ein bisschen dran gewöhnen Edel, oder? Wie mir der Mate einfach so schnell geholfen hat Der 24 Stunden Livestream kommt dann auch In den Semesterferien Der wird wahrscheinlich an dem Wochenende erscheinen Dass ihr da auch gescheit mitgucken könnt Bei 24 Stunden ist natürlich Da sollte man frei haben Und nicht 8 Stunden von arbeiten müssen Das wär Quälerei Ich kleb voll eklig am Tisch Ich schwitzt wie Nox Aber das Licht ist nicht warm Das ist geil Ich hab da gerade eben die Lamp gesehen Das ist so Energiesparlempel mit Wurst Mit Wurstwasser drin Die sind super Ich hab's mal kurz ne Runde ausgemacht Das Licht Jetzt interessiert es mich doch Ob es am Licht liegt Also ich bin auf jeden Fall Jetzt deutlich weniger geblendet Wow Okay, okay Wow Alter, das Licht ist es, man Nein, da sind ja zwei Nice Alter, direkt einen Stern geholt Ich mach's jetzt wieder an Die Rumlaufszenen Schallt ich natürlich raus Dann ich bin fast nackt Aber das hat euch Und jetzt so interessieren Was ich trage Ich trage auch immer Stilettos Zum Spielen Ist klar, ist klar Nicht rumschleichen, Alter Nicht rumschleichen Wir machen das Gehen wir zur Seite Easy, Mann Es geht Es ist so eine Sache der Konzentration Die Spielerei Es kommt einem halt dann doch Oh, noch 5-7 Guck mal Man sucht ja leider doch auf Die Entschuldigungen woanders Ja, dabei ist es einfach nur Das eigene Versagen Das zum Versagen führt Ich bin wirklich sehr, sehr froh, Leute Ich kann euch gar nicht genug danken Beziehungsweise Ich fang anders an Es ist ein unglaubliches Gefühl Solche Geschenke von euch zu bekommen Ich mein, ihr habt so viel gespendet Dass ich mir ausschließlich Von eurem gespendeten Geld Diese zwei Lampen da holen konnte Ich hab jetzt auch am Stream-Label Noch ein bisschen rumgearbeitet Also nicht an der Grafik an sich Sondern wirklich nur an diesen Ich hab einige Sachen Visuell so aufgepeppt Dass man es besser erkennt Unter anderem eben die Letzten Spender Wie heißt das? Ich will immer Spy sagen dazu Ich hab's auch so eingestellt Dass alle Spender Die Spender des aktuellen Tages Durchlaufen oben Und nicht immer nur Der letzte steht Sondern wirklich die Die, die gerade aktuell gespendet haben Für diese Session Ich hab auch die Schriften Etwas vergrößert Dass man die letzten Follower besser sieht Den Chat ein bisschen besser eingebunden Und ich habe ein Spendenziel jetzt Eingefügt Also zum Testen mal Wo man richtig sieht So wie das so langsam voll geht Und da hab ich jetzt als erstes Ziel Einfach Case Opening reingeschrieben Wow, Alter Was macht denn der hier? Aha Nein, komm Warum stirbt der nicht, Mann? 72 An dem neuen Stream Overlay wird auch gearbeitet Dass man oben den Punktestand sieht Und wie viele noch leben Alles in Arbeit Alles in der Mache Leute, es läuft Wer schon seid Faschistin Hat sie mir gerade den Kill geklaut, Mann? Du Faschistin Amon, du Junge Naja, okay Komm Man soll nicht an den Kills festhalten Die man gemacht hat Man muss an die Kills denken Die man machen wird Denn dein ist das Reich Und die Macht Und der Teamsieg Oh, Mann Leid, wo geht man hin? Keiner sagt was an Ihr seid zu blöd Oh, Mann Na, 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 na Fuck or die, Bitch Gleich, ich hab Was hab ich denn gekauft? Bin ich dumm? Was hab ich getan? Zu verwirrt gewesen, um gescheit zu spielen Scheiße Mach mal, Bitch Get out of the way Ist das Ding um? Aber egal Ich hab's gerade noch gemacht Mit meinem Call Des Jahrtausends Wussten die direkt Halt meine Haare Wussten, halt Wussten die Wussten direkt Alter, da kommt keiner Nein Spiel doch auf Time Alex Don't peek Sag kein Hurensohn Sag kein Hurensohn Jetzt kannst du piegeln Das schaffst du nicht Du blä die Kuh Okay, Leute Ich kauf jetzt eine AK Und mach die so Und so schieß ich dann auch Die ganze Zeit Nach links Was meint ihr, Leute? So werbetechnisch? Ich hab da jetzt einfach mal YG Doppelpunkt Der Dumbabla draufgeschrieben Glaubt ihr, die Leute denken sich YouTube Der Dumbabla Oder glaubt ihr, die denken sich You Oder so Hier ist einer Wart Da pöge ich in das Mund Komm her Aha Fuck, war du Babsack Nein Chillen wir mal kurz Ich hoffe, der denkt sich auf B Weil ich cool bin Here comes the man Oh, Herr Oh, my girl Pff, pff, pff Er merkt Es muss einfach raus Wenn ich meinen Dumbabla Nicht raushängen lassen kann Manchmal, ja Die ganze Zeit lernen, lernen, lernen Prüfungen schreiben Er neift mich an Wie so ein Jemand, der halt oft Messer hat Alter Er ist durchgedreht, man So eine durchgepeitschte Psycho Fuck Weißt du, jetzt wird die wahrscheinlich No Automate Here comes the man and you Wie ich sie Weggenanntes habe, Alter Ab nochmal Leute, ich habe mir vorgenommen Jetzt praktisch für diesen Für diesen Eigentlich für diesen Neustart Wenn ich zwei Wochen nichts gebracht habe Beziehungsweise mal eine Woche Nichts gebracht habe Dann ist das ja eigentlich so Als wenn ich tatsächlich Gestorben wäre Hier auf dem YouTube Ich will richtig Richtig edel Scheiß machen, ja Ich will mich reinhängen Und vor allem will ich Nie wieder Nie wieder Und das mache ich leider immer noch Viel zu oft Ein Video hochladen Hinter dem ich nicht 100 Prozentig stehe Oh Mann Also es kommen nur noch Videos Wo ich mir selbst sage Ja, ist vertretbar Oder ja, es ist zumindest Nicht schlecht Ich habe jetzt zu oft Einfach aus Zeitgründen Oder so Videos hochgeladen Weil ich mir dachte Ich muss jetzt schnell was hochladen Und dann Oh Und dann war es halt nicht so edel Wie gedacht Zum Glück keinen Uprank Ihr müsst auf jeden Fall Einen Daumen nach oben geben Bis zum nächsten Mal